Keine Ahnung. Ist er mit dir unten drin oder? Nö, ich hab ihn vertrieben. Das ist gar ein Haus, Alter. Warum nimmst du wirklich mit? Ja weil ich nicht fertig war. Hast du mich jetzt zerschreckt? Hast du eine Waffe? Klauter mir die ist gar, Alter. Irgendwann tut die Ze... Achso, du bist es. Was ist wenn ich da drauf schieße? Ups. Aber ich bin verrückter!!! Achso, Vater ja, Fuß. So Ich weiß nicht mehr.